In diesem Video geht es um die Band Radiohead. Ich erkläre dir, wie die Band entstanden ist und mit welcher Musik sie ihre größten Erfolge feiern konnte. Radiohead ist eine britische Rockband, die 1985 in Oxford, England gegründet wurde. Die Band besteht aus Tom York, Johnny Greenwood, Colin Greenwood, Ed O'Brien und Phil Selway. Ursprünglich nannten sie sich On a Friday, änderten ihren Namen jedoch später in Anlehnung an einen Song der Band Talking Heads. Sie erlangten ihren ersten großen Erfolg mit dem Song Creep im Jahr 1992. In den frühen Jahren spielte Radiohead hauptsächlich alternativ Rock und Grunge. Mit der Zeit begann die Band jedoch, ihren Musikstil zu ändern. Besonders das Album OK Computer von 1997 markiert einen Wendepunkt, da es auch elektronische Elemente enthält. Diese musikalische Vielfalt hat die Band zu einer der einflussreichsten Gruppen der modernen Musik gemacht. Radiohead ist nicht nur kommerziell erfolgreich, sondern auch bei Kritikern beliebt. Die Band hat mehrere Grammy-Auszeichnungen erhalten und ihre Alben tauchen regelmäßig in Bestenlisten auf. OK Computer und Kid A sind zwei ihrer am meisten gelobten Alben. Ihr Einfluss reicht von der Musikszene bis hin zur Politik und Umweltaktivismus. Tom York, der Liedsänger, ist für seine tiefgründigen und oft kryptischen Texte bekannt. Die Themen reichen von sozialer Isolation bis hin zu politischen und umweltbezogenen Fragen. Viele Fans und Kritiker versuchen die Bedeutung hinter den komplexen Texten zu entschlüsseln, was oft zu interessanten Interpretationen führt. Neben der Musik sind auch die Musikvideos von Radiohead bemerkenswert. Sie sind oft experimentell und visuell anspruchsvoll. Ein bekanntes Beispiel ist das Video zu Karma Police, das sowohl die Musik als auch die visuelle Kunst der Band widerspiegelt. Im Jahr 2007 veröffentlichte Radiohead ihr Album In Rainbows als Download und ließ die Fans selbst entscheiden, wie viel sie dafür zahlen möchten. Dies war ein ungewöhnlicher Schritt in der Musikindustrie und zeigte die Unabhängigkeit der Band von traditionellen Vertriebswegen. Radiohead ist bekannt für ihre eindrucksvollen Live-Auftritte. Sie verwenden hochmoderne Technik und Lichteffekte, um ein einzigartiges Erlebnis zu schaffen. Ihre Konzerte sind oft ausverkauft und die Band hat Fans auf der ganzen Welt. Radiohead hat viele andere Künstler und Bands beeinflusst. Ihre experimentelle Herangehensweise an Musik und ihr kreativer Ansatz haben dazu geführt, dass viele junge Musiker sie als Vorbilder sehen. Sie haben auch mehrere Musikgenres beeinflusst, darunter elektronische Musik, Indie-Rock und sogar klassische Musik. Die Band hat nicht nur in der Musikwelt, sondern auch in der allgemeinen Popkultur einen festen Platz. Ihre Musik wird oft in Filmen und Serien verwendet und sie sind Gegenstand zahlreicher Artikel und Studien. Ihre anhaltende Relevanz zeigt, dass Radiohead mehr als nur eine Band ist. Sie sind ein wichtiger Teil der modernen Kultur. Sie sind ein wichtiger Teil der modernen Kultur.